Nürgrin, was ein Spiel von dir, was ein Pass und was ein Schiff. Wie fühlst du dich hier in der Liga und in der Fuss? Ich arbeite immer hart, um es zu lernen. Es ist ein anderer Stil als in der Schweiz. Es ist immer hart, und Arno tut mich immer. Ich habe keine Zeit, und dann habe ich es schneller gelernt. Ich mag es hier, und es ist der erste Mal toll. Elthoff, es war nicht ein großer Spiel von deinem Team. Du hattest einige Probleme. Warum war es so hart gegen Zürich? Ich weiß nicht. Wenn man total 60 Minuten sieht, ist Zürich ein besseres Team als wir. Aber es sind die Punkte, die du kämpfst. Wir haben drei Punkte, man kann nicht mehr bekommen. Jetzt bin ich glücklich, dass wir sie alle genommen haben. Vielleicht war es ein Robben hier heute. Ich habe die drei Punkte, und jetzt haben wir zwei Tage, und wir können einen guten Rest aufbauen. Vielen Dank.